Glaubst du, XRP kann irgendwann 100 Dollar oder vielleicht sogar 1000 Dollar pro Coin erreichen? Und was erwartest du vom Preis Ende des nächsten Bullruns und hältst du überhaupt selbst XRP? Okay, erstmal zum letzten Teil der Frage. Ja, ich selbst halte auch eine Position in XRP, was meine Kanalmitglieder schon längst wissen, aber ich bin jetzt auch mal so transparent hier und kann euch auch den Screenshot hierzu einblenden. Aktuell halte ich in meinem Portfolio 4,06% in XRP, was keine verrückte Menge ist, aber trotzdem eine relativ große Altcoin-Position von mir, weil ich eben auch extrem viel in Bitcoin und Ethereum halte. Wenn ich das hier mal so abzähle, ist das die 5 größte Position, die ich überhaupt halte, wenn man mal Bitcoin und Ethereum außen vor lässt. Das heißt also, ich habe auch eine gute Menge meines Geldes in dieses Projekt investiert und spekuliere offensichtlich darauf, dass der Preis von XRP in Zukunft steigen wird. Die Frage war jetzt aber, sind für XRP 100 oder vielleicht sogar 1000 Dollar wirklich möglich? Und bevor ich meine Preisprognose für bis Ende des nächsten Bullruns nenne, was ja der letzte Teil der Frage war, zu diesem Teil der Frage, ganz klar nein. Wenn man mal auf CoinMarketCap schaut, dann ist XRP die sechstgrößte Kryptowährung, die wir haben, mit einer MarketCap von ca. 18,5 Milliarden US-Dollar, wo 51% des gesamten Supplies momentan in Zirkulation ist. Wir sind nämlich ungefähr bei 51 Milliarden XRP-Token und der maximale Supply, also die maximale Umlaufmenge, liegt bei 100 Milliarden XRP. Der aktuelle Preis 36 Dollar Cent pro Coin. Und ich habe das hier auch schon mal vorgerechnet. Wir brauchen damit also ein 277X, um auf 100 Dollar zu kommen. Bedeutet aber auch, dass die MarketCap dadurch automatisch ebenfalls ein 277X machen muss, was ich auch schon vorgerechnet habe, und uns auf eine MarketCap von 5124 Milliarden Dollar bringen würde. Und das schließt aus, dass der Circulating Supply, also die Anzahl an Coins, die im Umlauf sind, auch in Zukunft steigen wird, was also bedeuten würde, dass wenn ein Coin dann immer noch 100 Dollar kosten würde, dass die MarketCap dadurch sogar noch höher wäre. Aber eben wenn man das sogar mal außen vor lässt, dann sind das immer noch über 5 Billionen Dollar an MarketCap. Mal abgesehen davon, dass das irgendwie 10 Mal mehr wäre, als die gesamte MarketCap von Bitcoin und irgendwie sogar mehr als 5 Mal so viel, als die gesamte MarketCap des gesamten Kryptomarktes, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt wenn man auch mal in Bezug auf den Use Case von XRP geht, dass das einfach sehr unrealistisch ist. Und bei 1000 Dollar pro Coin wäre das Ganze sogar noch schlimmer, denn dann wäre das kein Billionenmarkt, sondern ein Billiardenmarkt. Also dann wäre die MarketCap von XRP bei 5 Billiarden Dollar. Aber auch schon diese 5 Billionen, das wäre fast die Hälfte der Marktkapitalisierung von Gold. Und ich weiß, es gibt echt extrem viele, die sagen, wenn XRP einfach nur XY Prozent der MarketCap von Swift erreicht, dann wäre der Preis pro Coin bei eben sagen wir mal einfach 100 Dollar. Und es gibt auch einige, die sagen, dass dieses Argument von MarketCap überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber wenn man mal wirklich versteht, wozu XRP im zum Beispiel ODL Produkt tatsächlich dient, dann versteht man auch, wieso das bei weitem zu viel ist. Im Endeffekt ist es nämlich einfach die Liquidität, die verwendet wird, um zu ermöglichen, dass eine bestimmte Fiat-Währung in eine andere bestimmte Fiat-Währung in Echtzeit von einer Bank zu einer anderen Bank überwiesen werden kann. Ein ODL-Partner muss zum Beispiel gar nicht XRP halten, kaufen oder sogar überhaupt transferieren, denn das, was sie im Prinzip machen, ist einfach, sagen wir mal, den mexikanischen Pesos von einem Ort zu versenden, dann wird XRP als Liquidität verwendet und am anderen Ort kommt zum Beispiel, sagen wir mal, Euro an, wo XRP eben von diesen ODL-Partnern gar nicht wirklich verwendet wird. Wie gesagt, ist XRP also letztendlich einfach eine Liquiditätsbrücke. Und der einzige Weg, wie ich wirklich sehe, dass XRP 100 oder vielleicht sogar 1000 Dollar erreichen kann, ist, wenn die Stärke des Dollars so extrem stark einbricht, dass 100 Dollar bei weitem nicht mehr das sind, was sie aktuell sind. Und Freunde, versteht mich nicht falsch, 100 Dollar pro XRP wären auch für mich und mein Portfolio super, super fantastisch, aber meiner Meinung nach einfach sehr unrealistisch. Was für mich aber realistisch wäre, und das ist jetzt auch der letzte Teil der Frage, bis zum Ende des nächsten Bullruns und sagen wir einfach mal, dass Bitcoin bis dahin 100.000 Dollar pro Coin-Wert ist und auch ganz, ganz wichtig, dass Ripple den Rechtsstreit gegen die SEC gewinnt, was ja auch ein extrem wichtiger Faktor für den XRP-Preis ist, dann würde ich einfach mal sagen, ist meine Prognose so 8 bis 12 Dollar für XRP zu diesem Zeitpunkt. Ich sag nicht, dass mehr nicht möglich ist, aber das ist einfach so meine rein subjektive Prognose, ungefähr ein 30X, was ziemlich genau 10 Dollar pro XRP wären. Sorry an all die ganzen Moonboys, aber das finde ich schon eine echt verdammt gute Rendite, die ich auch nur erwarte, weil ich hinsichtlich XRP, dem Projekt und auch vor allem dem Unternehmen Ripple extrem, extrem bullish gestimmt bin. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für den Preis von XRP bis zum Ende des nächsten Bullruns erwartet und schreibt mir auch dazu, wo ihr den Preis von Bitcoin bis dahin seht und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum ersten regulären News-Video aus Deutschland wieder.